Mit Gutschein-Codes ihren Shop voranbringen, ihren Umsatz steigern und neue Kunden gewinnen, vor allem aber bestehende Kunden zu mehr Umsatz bewegen. Darum geht es in diesem Video, wie Sie das machen mit Shopware, mit Shopify, mit WooCommerce und mit der Multishop-Schnittstelle und Sage 100. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich. Ja, Gutschein-Codes, das ist sowas wie ein Geschenk. Man bekommt einen Gutschein, also etwas geschenkt, das man einlösen kann und wo man sich dann was dafür bestellen kann. Ein sehr, sehr starkes Instrument, um einen Kauf zu initiieren, um jemanden zum Kaufen zu bewegen, vielleicht auch einen Folgekauf auszulösen oder dafür zu sorgen, dass jemand mehr ausgibt. All diese drei Möglichkeiten führen dazu, dass Ihr Umsatz steigt, dass Ihr Shop erfolgreicher wird. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, mit der Sie in Sage 100 in Ihrer Warenwirtschaft Gutschein-Codes erzeugen können. Das heißt, Sie können einen Gutschein-Code generieren für einen einzelnen Kunden. Personalisierter Gutschein. Sie könnten also beispielsweise sagen, dass Sie allen Bestandskunden, die Sie derzeit haben, einen Gutschein für 5 Euro, für 7 Euro, für 10 Euro senden und diesen Gutschein an einen Mindestumsatz koppeln. Damit besteht die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel Kunden, die schon mal bei Ihnen gekauft haben, anschreiben und sagen, hier, wir haben für Sie einen Gutschein, 10 Euro, wenn Sie für 50 Euro bei uns einkaufen. Mit diesem Gutschein schenken Sie dem Kunden etwas. Sie tun ihm also einen Gefallen und koppeln ihn gleichzeitig an neuen Umsatzen. Jetzt fragen Sie sich, warum sollte ich denn einen Gutschein-Code machen? Das kostet mich ja dann eben diese 10 Euro. Richtig, aber ein Neukunde kostet Sie auch 10 Euro und vielleicht mehr als 10 Prozent. In aller Regel rechnet man zwischen 10 und 20 Prozent des Umsatzes für eine Kundengenerierung, für einen Neukunden. Also, warum nicht einen Gutschein an bestehende Kunden schicken, um einen erneuten Kauf auszulösen? Noch effizienter geht das direkt im Kontext eines Kaufs. Das heißt, wenn jemand bei Ihnen etwas gekauft hat, sagen wir mal für 500 Euro und Sie sagen, okay, ich nehme davon 5 Prozent, 25 Euro und schicke dem Kunden ein Dankeschön für den Kauf und sage, hier ist nochmal ein Gutschein für 25 Euro. Das können Sie einlösen, wenn Sie zum Beispiel für 200 Euro nochmal bei uns was kaufen oder für 250 Euro. Und diesen Gutschein, den koppeln Sie an den Kunden, dass also nur dieser Kunde ihn einlösen kann. Und das Zweite ist, Sie limitieren ihn zeitlich. Sie schaffen quasi eine gewisse Dringlichkeit und sagen, innerhalb der nächsten sechs Wochen. Kaum jemand wird 25 Euro einfach wegwerfen, wenn der Gutschein vielleicht noch so gestaltet ist, dass er aussieht wie ein Geldschein oder an einen Geldschein erinnert, dann wirft niemand 25 Euro weg, ohne wieder einen Folgekauf auszulösen. Also Sie können Folgekäufe mit Gutscheinen generieren. Und das Nächste, was Sie tun können, ist die Umsätze erhöhen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe jetzt einen Gutschein über 100 Euro, wenn Sie für 1.000 Euro bei uns einkaufen, dann erzeugen Sie durch diesen Gutschein eben hohe Warenkorbwerte. Es müssen nicht 100 und 1.000 Euro sein, es kann auch 50 und 500 sein oder 50 und 300, was immer für Sie funktioniert. Mit Gutscheincodes können Sie auch den Warenkorbwert steigern und damit natürlich auch wieder nachhaltig Ihren Umsatz steigern. Damit ein Gutschein funktioniert oder damit dieses System funktioniert, ist es eben wichtig, dass Sie diese Gutscheine nicht manuell generieren, also dass Sie nicht jeden einzelnen Gutschein von Hand erzeugen müssen und raussenden müssen und dass Sie kreative Konzepte haben, das heißt zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Gutschein an die richtige Person schicken. Und wie das funktionieren kann, das habe ich in einem Seminar zusammengestellt, das erläutere ich Ihnen in einem Seminar und in diesem Seminar zeige ich Ihnen auch genau, wie Sie solche Gutscheincodes generieren können, wie Sie diesen Prozess automatisieren können. Was Sie dazu brauchen ist, klar, ein Shop, Sie brauchen unsere Multishop-Schnittstelle, das ist die Voraussetzung mit Sage 100 und unser Gutscheincode-Modul. Und dann lernen Sie in wenigen Stunden, wie Sie dieses Modul einsetzen, effizient einsetzen für Umsatzgenerierung. Und ich bin mir sicher, dass dieses Seminar und dieses Modul für die Gutscheingenerierung etwas ist, was sich so schnell amortisiert wie kaum irgendetwas in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie Interesse haben, mehr Informationen möchten, in der Videobeschreibung finden Sie einen Link. Buchen Sie gerne auch einen Termin, dann erklären wir Ihnen die Details in einem persönlichen Gespräch. Wir schicken Ihnen gerne weitere Informationen und auch eine Einladung zu unserem Seminar, in dem Sie eben genau das lernen, Bestandskunden zu aktivieren, zu wieder aktivieren, Umsätze zu steigern und Neukunden auch zu generieren mit Hilfe unseres Gutscheinmoduls. Ich wünsche Ihnen alles Gute, abonnieren Sie gerne den Kanal, wenn Sie weitere Informationen dieser Art haben möchten. Aktivieren Sie auch die Glocke, dann werden Sie benachrichtigt. Ich freue mich, Sie in einem Gespräch oder beim nächsten Video wiederzusehen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, reiche Ernte, bis bald, Ihr Ralf Armposter.